Das ist Rani Rosius aus Belgien, Mitte 206, auch eine Bestzeit von 11,39 aus dem vergangenen Jahr, also relativ frisch. Kempinen uns in den Sinemeier, jetzt müssen wir hoffen, dass uns unser Blick hier nicht trübt. Zuerst reagiert hat Lothar Kempinen, aber wozu gibt es Computer? Die Damen sind sich auch nicht ganz sicher, ja, also von hier sieht es aus, Sinemeier, aber die Dame daneben rechts mit der roten Hose, Lothar Kempinen. Aber jetzt haben wir das Ergebnis, Jennifer Montag gewinnt mit 11,29 vor Sinemeier, 11,30, also deutscher Doppelsieg. Lothar Kempinen, Dritte mit 11,33, also da sind die Damen jetzt schon mal ganze 13. schneller gelaufen als in den Vorläufen.